Das Osirion, ein Tempel des antiken Ägypten, der uns vor ungelöste Fragen und Rätsel stellt. In unserer modernen Zeit begann die Ausgrabung des Osirions in Abydos Anfang 1900. Aber möglicherweise ist dieses Bauwerk schon in der Antike ein erstes Mal in Vergessenheit geraten und wiederentdeckt worden. Allgemein wird angenommen, dass Setos I., das Osirion vor 3300 Jahren als Teil seiner Tempelanlage errichten ließ. Einige Punkte sprechen aber dafür, dass es aus einer viel früheren Zeit stammt und von dem Herrscher im Zug seiner eigenen Tempelbauarbeiten nur wiederentdeckt wurde. Setos I. war der zweite König der 19. Dynastie und obwohl die Chronologie oft ungenau ist, geht man davon aus, dass er ab 1290 v. Chr. etwa 11-15 Jahre lang regierte. Das Osirion ist eine der faszinierendsten Tempelanlagen des alten Ägypten. Ein Bauwerk voller Rätsel bezüglich seiner Architektur und seiner Planung auf einem ungewöhnlichen Wasservorkommen, welches weiterhin im Fokus aktueller Forschung liegt, die wir uns genauer ansehen werden. Ja und damit herzlich willkommen hier auf dem Kanal Faith.Science. Ich bin der Jascha Schmitz. Und hier, der Kanal soll dir helfen, dir und mir selbstbestimmte eigene Schlüsse ziehen zu lernen, Dinge zu hinterfragen im Bereich Glauben, Wissenschaft, Weltanschauung und Geschichte. Und Geschichte heißt jetzt, in dem heutigen Teil beschäftigen wir uns eben mit dem Osirion in Abydos. mit einer merkwürdigen Tempelanlage, die ja so ein bisschen aus der Rolle fällt und wo man vielleicht Fragen zu haben kann, warum, wie, wann und wer das gebaut hat. Und ich habe es ja gerade ja erwähnt, wir haben schon gehört, Setos der Erste wird als der Bauherr beschrieben. Und wir möchten jetzt überprüfen, gibt es Gründe, das vielleicht anzuzweifeln und zu sagen, hey, hier handelt es sich vielleicht um ein viel, viel älteres Bauwerk. Was ist das Besondere am Osirion? Also, ja, damit wir uns da überhaupt reinfuchsen, ist erstmal die Frage, ja, wo liegt denn das Osirion? Und dazu möchten wir uns, naja, das Osirion jetzt einmal genauer ansehen und wagen einen Flug außerhalb des Orbits der Erde bis hin eben zu dieser alten Tempelanlage. Ja, wo man sagen kann, es ist nicht nur ein Tempel, sondern es sind zwei Tempel. Hier erkennst du das vielleicht schon auch so, aber wenn ich jetzt hier sozusagen mal die Grundrisse dazu nehme, siehst du, wir haben oberhalb den Tempel des Setos, also nördlich liegend, in so einer L-Form. Und dann eben unterhalb, da haben wir das Osirion, was wir hier sehen, oder beziehungsweise einen Teil, der jetzt hier auf der Grundrisszeichnung mit zu sehen ist. Ja, das Bild vermittelt also eine kleine Vorstellung von dem Tempelkomplex. Und diese L-Form, die wir hier haben, da haben wir jetzt schon eine Anomalie. Warum ist das eine Anomalie, diese L-Form? Ja, das hat damit zu tun, dass die Aufteilung der Tempel im Neuen Reich, wenn man da eben schaut, also zur Zeit jetzt auch von Setos I., wenn da Tempel gebaut wurden, dann haben die immer eine bestimmte Form gehabt. Und das haben wir jetzt hier, also Aufteilung wie folgt, jetzt von hier unten nach oben gesehen. Da wäre der Pylone, dann offener Innenhof, Säulenhallen und dann eben oben das Allerheiligste, umgeben von mehreren Kapellen, die für weitere Gottheiten vorgesehen waren. Die Form findet sich heute noch in den meisten erhaltenen Tempeln, aber eben nicht in dem Tempel hier jetzt von Setos I. Und da wäre die Frage, warum hat er also diese L-Form verwendet? Und da ist eine mögliche Erklärung, dass im Grunde genommen ja die Tempelanlage von Setos geplant wurde oder von seinen Architekten geplant wurde. Man hat angefangen zu bauen und hat dann gemerkt, eben am südlichen Teil des Tempels, wir stoßen hier auf Überreste einer früheren Tempelanlage, die damals vielleicht schon unter dem Sand ja verschüttet war, dass man da schon gar nicht mehr eben gesehen hatte, dass darunter auch ein Heiligtum liegt. Und dann, wenn es so gewesen wäre, wäre das ein Grund zu sagen, okay, wir disponieren um, wir planen trotzdem hier den Tempel zu bauen, weil uns das wichtig ist, hier auch den Ort zu nutzen. Wenn da schon ein anderer Tempel ist, spricht das ja auch dafür, dass von der religiösen Überzeugung das dann schon ein gut geeigneter Ort ist, so gesehen. Aber gut, dann wäre halt der Punkt, wir bauen nicht über das andere Heiligtum hinüber, sondern wir bauen dann eben hier seitlich diesen Anbau, weswegen diese L-Form dann entstanden sein könnte. Das ist eine Überlegung und ein kleiner Hinweis darauf, dass es vielleicht nicht von Setos I. gebaut wurde, das Osirion. Ursprünglich war das Osirion übrigens von einem Hügelgrab überdeckt, so umfriedet mit Baumreihen, und der Eingang befand sich im Nordwesten der Anlage. Von da aus führte dann ein langer, abwärts führender Korridor südöstlich in eine rechteckige Kammer mit einer dahinterliegenden schmalen Kammer. Und von dieser rechteckigen Kammer aus führte dann nordöstlich absteigend einen Gang zur ersten Tempelhalle. Ja, und von der ersten Halle aus, gebaut aus roten Granitsteinblöcken, führte dann eine Pforte mit noch vorhandenem Türsturz in die Haupthalle. Und die ist jetzt wirklich abgefahren mit zwei Reihen von jeweils fünf massiven Pfeilern auf einer vom Wasser umgebenden künstlichen Insel. Ja, und das ist wirklich beeindruckend, dieses Bauwerk zu sehen, wenn man sich das dann eben vorstellt, wie das früher ausgesehen haben mag. Wie, ja, das auch innen gewesen sein muss, wenn dieses ganze Areal ja noch überdeckt war. Also als Tempel, unterirdische Tempelanlage. Also schon wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und auch hier diese Blöcke, die wir da haben. Also da muss man sich auch überlegen, die Blöcke sind Ausmaße 2,1 Meter mal 2,1 Meter mal 4,2 Meter. Diese zehn Blöcke, das sind jeweils 50 bis 60 Tonnen Granit. Vom Asugan-Staudamm stammt das eben auch, hier dieser großen Granit. Und das heißt, auch da wieder haben wir eine Entfernung von 250 Kilometern ungefähr. Also Luftlinie, glaube ich, sind es an die 250. Das heißt, über den Nil der Transport von diesen Steinblöcken. Krasser Aufwand wieder. Und da stellt sich dann natürlich die Frage irgendwo, ja, was hat es damit auf sich? Warum war das nötig? Welche, jetzt, ich liste mal auf, also welche mythologischen, religiösen, kulturellen oder spirituellen oder technischen Gründe mag das gehabt haben, dass man da halt hier diese Konstruktion so gewählt hat, auch diese Blöcke aus Granit zu nehmen und die da zu installieren. Ja, und dann auch eben dieser Inselkomplex. Da kommen wir gleich noch zu. Das ist auch wirklich was Abgefahrenes noch. Aber vorher wollen wir uns mal so der Thematik widmen. Und zwar der Erforschung der ganzen Geschichte hier. Also die Entdeckung und Erforschung der ganzen Anlage. Das ist das, was wir uns hier mal kurz angucken. Start, erstes Jahrhundert. Also früher eine wichtige Situation, jedenfalls noch kurz. Der griechische Philosoph Strabo besuchte nämlich das Osirion im ersten Jahrhundert vor Christus und beschreibt den Ort, wie er zu seiner Zeit aussah. Und der stellte damals die Theorie auf, dass das Osirion von Ismandes oder Mandes erbaut worden sein könnte. Ja, also das war so seine Theorie gewesen. Interessant ist, dass es eine Theorie war und diese Ungewissheit über die Ursprünge des Bauwerks deutet dann natürlich darauf hin, dass diese zu seiner Zeit des Besuchs schon unbekannt war. Also der Ursprung schon unbekannt war, als er als Besucher da vor Ort war. Ausgrabungen der heutigen Zeit haben dann Zeichnungen von ägyptischen Priestern der 11. bis 12. Dynastie gedeutet, welche auf die Funktion und den Erbauer hinweisen. Der verborgene, geheime Ort der Unterwelt des Duat des Men Matre. Das ist dann eben so eine Bezeichnung, die man da findet, in Bezug auf Seti dem Ersten. Ja, also der geheime, verborgene Ort des Duat, also der Unterwelt. Und das eben von Seti dem Ersten. Oder Geburtshaus der Isis hat man auch gefunden und das eben dem Osirion zugeordnet. Die Frage, die sich da jetzt stellt, ist natürlich, aus welcher Zeit stammen diese Zeichnungen? Stammen die jetzt wirklich von den Priestern Setis, die beim Bau seiner Tempelanlagen auch beim Bau des Osirions diese Zeichnungen mit angebracht haben? Oder stammen die Zeichnungen aus der Zeit, aber haben die Priester sozusagen auf eine gefundene, viel ältere, vorhandene Tempelanlage, die einfach nur angebracht, um das sozusagen dann halt auch für Seti umzudeuten? Also dann eben da nutzbar zu machen. Wir machen Sprung, 1902 bis 1930. Die erste Entdeckung in der Neuzeit, zuerst nur der lange Gang von Thomas Caulfield, sollte von Margaret Mary weiterverfolgt werden, die aber nicht über die Mittel für die erforderlichen umfangreichen Ausgrabungen verfügte und nur die Kammern am Ende des Gangs ausgraben konnte. Dann musste man bis 1912 auf die Ankunft von Eduardo Naville warten, der über die notwendigen Ressourcen verfügte, um das Osirion in den nächsten zwei Jahren freizulegen. Und ja, wie gesagt, das war halt komplett auch verschüttet und das war ein Riesenaufwand, einfach das da freizulegen, wie man es auf den Bildern hier von damals auch sieht. Der Erste Weltkrieg hat ihm dann aber so einen Strich durch die Rechnung gezogen und die Arbeit wurde dann von einem deutschen Archäologen Henry Frankfurt weitergeführt. Das wurde ihm überlassen. Der hat die Ausgrabung 1925 dann weiter gestartet und hat sich zwischen 1925 und den 1930er Jahren mehrere Jahre lang der Freilegung des Komplexes gewidmet. Dabei wollte er übrigens was überprüfen, eigentlich drei Dinge. Erstens, ob es eine architektonische Verbindung zwischen dem Osirion und dem Tempel von Sethos I gibt. Zweitens, seine zweite Aufgabe bestand darin, die Beschaffenheit des Wassers zu untersuchen, das aus dem Untergrund des Osirion-Sockels aufsteigt. Und das dritte interessante Detail waren die Treppen, die sich auf beiden Seiten der inneren zentralen Halle des Bauwerks befanden und unter das Wasser führten. Auch bei durch Pumpen etwas abgesenktem Wasserstand fand man in einer Tiefe von sieben Meter unter dem Felsvorsprung am Ende der Treppe immer noch kein Fundament. In neuerer Zeit wurden die Forschungen dann von Om Sethi und Hani el-Sheni fortgeführt. Zitat, sie schreiben folgendes Dieses imposante unterirdische Gebäude ist eines der größten Rätsel der ägyptischen Archäologie. Frankfurt machte Probebohrungen an den Außenwänden der Haupthalle. Am Boden fand er Keramik aus der archaischen Zeit und dem frühen Altenreich. Erst ganz in der Nähe des heutigen Bodenniveaus fand man Töpferwaren aus der 19. Dynastie. Dies lässt darauf schließen, dass das Monument in der Zeit zwischen diesen Daten im Sand vergraben und unzugänglich war. Vielleicht wurden das Bauwerk in der frühen Vierten Dynastie, vielleicht von Cheob selbst errichtet, nach dem Untergang des Altenreiches vernachlässigt und unter dem Sand begraben und erst wieder entdeckt als Sethos Männer die Fundamente für seinen Tempel aushoben und sie so zwangen, den Plan des Tempels zu ändern. Ihre Ergebnisse ergaben drei wichtige Punkte von den genannten Forschern. Erstens, die Quelle des Grundwassers im Osirion ist nicht direkt auf den Nil zurückzuführen, sondern auf einen Grundwasserleiter aus fossilem Wasser im Kenasand, der aus der Zeit zwischen 10.000 und 5.000 v. Chr. stammt und von der Ostseite der westlichen Wüste in Richtung Niltal entwässert. Der Wasserstand in diesem Grundwasserleiter ist nicht vorhersehbar. Das ist der zweite Punkt. Drittens, die Ergebnisse bieten eine radikal andere Interpretation der Grundwasserquelle im Osirion als die von Frankfurt, Rostem usw. angebotenen. Es ist jedoch anzumerken, dass besonders hohe Nilpegel den lokalen Grundwasserleiter überlagern können, wodurch eine zweite Variable für die mögliche Höhe des Grundwassers im Osirion ins Spiel kommt. Das ist einfach mal so als Punkte, die wir hier aus der Forschung haben. Die gingen natürlich weiter, da kommen wir gleich zu. Aber hier erstmal so als Feedback, was man jetzt oder als kurz nochmal rekapitulieren. Wir haben ja jetzt gehört, dass man eben am Bodenniveau oder weiter unten hat man Tonscherben gefunden aus der 4. Dynastie, also alte Sachen. Und erst auf höherem Bodenniveau dann irgendwann Sachen, die aus der 19. Dynastie eben stammten. Zeit jetzt auch von Setos. Das heißt, dazwischen war nichts. Also irgendwie scheint es so gewesen zu sein, das war verschüttet. Und es spricht also einiges dafür, dass wir hier eine ältere Tempelanlage haben, die jetzt nicht von Setos wirklich erbaut wurde, sondern die eben aus dieser sehr frühen Zeit einfach auch stammt. Ja, damit aber nicht genug jetzt mit verrückten Dingen. Das ist ja jetzt noch nicht wirklich was Verrücktes. Jetzt kommen wir nämlich zu einer Thematik, wo wir schon angefangen haben, gerade einiges drüber zu hören, nämlich diese Thematik der Wassertiefe. Ja, Wassertiefe. Gucken wir mal hier weiter in die nächsten Sachen hinein. Ab dem Jahr 2004 forschte nämlich der Archäologe Jim Westerman am Komplex. Und er beschreibt die Ergebnisse seiner Forschung wie folgt. Hören wir uns mal ein bisschen was an. Zitat von ihm. Wir nahmen Temperaturmessungen im Wasser des Osirions vor, konnten aber keine signifikanten Anomalien im Wasser des Kanals um die zentrale Insel feststellen. Wir sondierten die Wassertiefe, konnten aber den Boden nicht berühren. Frankfurt hatte behauptet, das Fundament liege 7,8 Meter unter der Spitze der zentralen Insel. Unsere Sonne war 8,4 Meter lang, aber sie traf auf keine solide Fundamentsschicht. Wir haben seismische Untersuchungen des ersten und zweiten Hofes des Setos-Tempels und des Osirions durchgeführt. Außerdem erstellten wir eine topografische Karte der Gebiete um und im Setos-Tempel und im Osirion. Wir führten Studien zum Wasserfluss im ersten und zweiten Hof des Setos-Tempels durch. Und wir führten Sondierungen durch, um die Tiefe des Osirions zu bestimmen, was ebenfalls erfolglos blieb. Wir stellten aber seismisch fest, dass die Tiefe des Osirions etwa 15 Meter unterhalb der Spitze der zentralen Insel liegt. Außerdem stellten wir fest, dass die zentrale Insel des Osirions nicht aus massivem Mauerwerk bestand, sondern Hohlräume oder Kammern enthält. Das ist jetzt schon mal faszinierend. 15 Meter unterhalb des Endes der Treppen, so gesehen, oder unterm Fundament. Also da ging es nicht irgendwie 7 Meter nur nach unten noch, sondern 15 Meter. Wahnsinn. Also das ist so ein 5-stöckiges Gebäude an Tiefe nach unten, die dieser Wassergraben da hat. Warum das? Völlig kurios, da eben das so tief auszuheben. Er schreibt weiter. Wir entnahm Wasserproben aus dem Osirion und den umliegenden Brunnen in der Gegend zur Isotopenanalyse. Wir bohrten einen neuen Brunnen in der südöstlichen Ecke des Osirion-Gebiets, um eine statigraphische Analyse des Bodens in der Nähe des Osirions zu erhalten. Und um nach der Gesteinsschicht zu suchen, auf der das Osirion vermutlich ruhte. Wir versuchten herauszufinden, welche Pumpe in Abydos zur Verfügung standen, um das Osirion zu entwässern und zu testen, ob sie diese Aufgabe erfüllen konnten. Wir testeten eine Pumpe und fanden sie unzureichend. Ja, also jetzt fangen die Versuche nämlich an zu sagen, wir wollen mal hier den Wasserspiegel absenken, damit wir einfach mal unten besser forschen können, was da ist. Das geht gleich weiter damit. Schreibt ihr noch, wie man auf dem Bild sehen kann, haben wir auch festgestellt, dass das Wasser im Osirion trinkbar ist. Ja, da gibt es auch noch eine verrückte Geschichte zu, aber dazu dann in einem zweiten Teil. Wir installierten ein komplexes Entwässerungs- und Ausbagger-System. 2012 sind wir jetzt. Wir hatten die Ausgrabungssystem im westlichen Kanal des Osirions. Wir hatten die Kapazität, 500 Gallonen Wasser pro Minute aus einem sehr begrenzten Volumen in diesem Gebiet abzupumpen. Trotzdem wurden wir durch das energische Einströmen von Wasser mit einem Volumen von mehr als 500 Gallonen pro Minute in den Aushubbereich besiegt. Wir waren nur in der Lage, viereinhalb Meter tief in den Schlamm des Kanals zu graben. Bei den Grabungen stießen wir auf keine nennenswerten Felsen. Wir untersuchten Protokolle und Scans von Tiefenbrunnen, die 2010 von der ägyptischen Regierung westlich und nordöstlich des Osirionsenkel gebohrt wurden. Diese zeigten, dass es um das Osirion herum und vermutlich auch darunter keine Felsformationen gibt. Das bedeutet, dass das Fundament auf einer mit Wasser imprägnierten Feinsandoberfläche ruht. Wir entdeckten auch ungewöhnliche von Menschenhand geschaffene Rohre im nordöstlichen Teil der östlichen Grube auf der Spitzen der zentralen Insel des Osirions. Dazu auch später nochmal mehr. Anhand der topografischen Vermessung wurde festgestellt, dass der Wasserstand im Osirion etwa ein Meter höher lag, als der Wasserstand im römischen Brunnen im zweiten Hof des Seditempels. Das deutend darauf hin, dass das Wasser in diesem Gebiet von Westen nach Osten fließt. Das Grundwasser. Woher das Wasser letztendlich kommt, ist noch nicht geklärt. Hydrologische Untersuchungen zeigen, dass das Wasser im Osirion sehr trinkbar ist und keinen vorherrschenden Geschmack hat. Vorläufige Ergebnisse zeigen, dass das Wasser aktiv unter dem Setitempel fließt. Es scheint aus einer Quelle auf Höhe des Fundaments des Osirions zu kommen. Da die endgültige Tiefen des Osirions etwa 28,5 Meter unter dem heutigen Niveau liegt, ist die Frage, wie und wann dieses Gebäude errichtet wurde, sehr rätselhaft. Man kann davon ausgehen, dass es gebaut wurde, als der Nilpegel noch viel niedriger war. Als der Nilpegel niedrig genug war, um das Wasser bis zum Fundament des Osiriums umzuleiten, ist das über 5000 Jahre her. Aus diesem Grund wird vermutet, dass das Fundament des Osirions das älteste bekannte Steinbauwerk der Welt sein könnte. Ja, das war damals in einem Artikel von James Westermann. Das hat sich geändert. Also das ist natürlich jetzt alleine schon hier durch Göbekli Tepe und so, das ist natürlich dann älter. Aber interessant, das hat zwischendurch mal eben so die Möglichkeit gehabt, ältestes Steingebäude der Welt zu sein. Und man versteht es eben noch nicht so genau, wo kommt das Wasser überhaupt her. Und eben auch diese Frage, ja warum überhaupt das so gebaut wurde. Das sind so die großen Fragen, die wir jetzt hier eigentlich haben, die sich da stellen. Also, fassen wir nochmal zusammen. Es sieht danach aus, also es ist gut möglich, dass Sethos der Erste nicht der Erbauer war des Ganzen, sondern dass er es wiederentdeckt hat, diesen Komplex. Wie gesagt, die Tonscherben, die man da halt zuordnen konnte und so. Dass das zwischendurch der Komplex verschütt gegangen ist. Und die L-Form des Tempels, die ungewöhnlichen, die legen das eigentlich nahe, dass das damals eine Wiederentdeckung war, einer alten Tempelanlage. Die dann aus einer frühdynastischen Zeit oder von noch früher kommt, wie auch immer. Ja, dann haben wir eben diesen Wassergraben, der 15 Meter tief, wirklich Wahnsinn. Warum? Wie hat man das damals gewusst, so gesehen, dass man das nutzen konnte? Also gut, wenn damals der Wasserstand niedriger war, man konnte es noch umleiten. Wäre aber trotzdem noch die Frage, warum führen dann diese Treppen da eben hinunter in das Wasser? Also welche jetzt mythologisch symbolische Bedeutung hat das? Was für Rituale wurden da vollführt? Oder vielleicht auch, wenn man da jetzt dann alternativ denken möchte, hatte das irgendwelche technischen Funktionen? Treppen sind normalerweise für Menschen da, da läuft man. Aber warum führen die ins Wasser? Was war das? Also da sind viele Fragen offen und auf ein paar Dinge oder ein paar Theorien werden wir hier in einem anderen Video mal eingehen. Für heute soll es das aber gewesen sein, einfach mal als eine Einführung zum Osirion und zu dem, was da zu finden ist. Es gibt noch andere spannende Sachen. Wenn du die nicht verpassen möchtest, dann abonnier gerne den Kanal und klick die Glocke an. Vergiss das dann nicht, damit du auch erfährst, wenn ein neues Video kommt. Und ansonsten möchte ich hier an der Stelle auch noch ganz herzlich Danke sagen an alle Unterstützer. Wie du unterstützen kannst den Kanal, das steht hier unten drunter. Ansonsten empfehle ich dir hier jetzt nochmal zu schauen. Vielleicht kommt hier jetzt das passende Video für genau dein Interesse. Schau mal rein, klick gerne drauf. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. 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 Untertitelung des ZDF, 2020